Hallo und wieder erst Willkommen zu The Division. Immer noch mitten im Gefecht mit Revanu. Hallöchen! Und dem Onkel. Hallihallo! Hallöchen! Hallöchen! Jetzt gehts los. Ok, hier vorne sind die Gegner. Crazy ist wieder am Start. Ich scann mal bitte. Nochmal sorry für den kurzen Part gestern, aber bringt ja nix. Das hat ja nix genutzt. Das war wichtig. Das war ein wichtiger Klingler. Ja, der war wichtig. Kann man so sagen. Ich gehe noch vor zu dem Transporter und dann scanne ich durch. Ja, zu dem Transporter und zu dem SUV. So, jetzt scanne ich durch. So, na. Könnte unser Tod sein. Zack, zack, zack. Boah, sind das viele Lecker, Mio. Warte mal, ich komme auch zurück. Das bringt ja nix. Ich hab nochmal schnell ne Frage. Der Typ hat so einen Blitz am Kopf. Was bedeutet das? Das sind diese Knüppeltypen. Die mit dem Zivis hier sind Scharfschützen. Und dann gibt's ja noch die normalen Typen. Ich muss weiter vor. Ich hab ja keinen Blick. Ich hab eine Granate. Könnte ich abschieben. Okay, ich hab mehr oder weniger Blickfeld. Wollen wir eine Granate werfen? Ja, ich werfe eine. Okay, crazy, du auch. Denk ich mal. Wir machen alle auf. Und los. Okay. Wow. Knüppelmann, 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 Knüppelmann. Ja, sauber. Oh, Alter. Oh, Alter. Alter, Knüppelmann, Hilfe. Oh. Alter, Knüppelmann, Hilfe. Oh. Oh. Knüppelmann. Ja, Knüppelmann. Ja, Knüppelmann ist tot. Aua. Oh, Alter. Irgendwas schießt auf mich. Kann ich mal davor. Pass auf, da. Du wirst geschossen. Oh, Leute. Da war ich nämlich eh mauer. Da wurde ich voll beschossen. Ja, ich hab grad die Motorhaube aufgeschossen, gell. Ich werd mal kurz was essen. Alter, ich geh mal über die Flanke. Essen? Hast du jetzt Hunger? Ja. Geh mal über die linke Flanke rüber, vielleicht. Ja. Kann ich da was erreichen? Oh, Mann! Aaaaaaah! Nein! Scheiße! Hilfe! Ich bin hinter dem Polizeiauto. Könnt ihr mich retten? Retten tun? Oh, Gesundheit. Oh, Scheiße! Crazy, komm her! Ich bin auch tot, mh. Oh, Mann! Mach' keinen Scheiß! Beknüppelt und verrückt. Die sind verdammt stark, die Jungs! Die sind verdammt stark! Ach, mal nah. Und jetzt kommt noch einer? Schmele, 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 schmele. Wir beide, Leute. Ach, mal, 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 mal. Ach, mal, 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 mal. Oh, Meine Fresse. Oh, das hätt' ja noch kein... Sind wir jetzt alle tot, oder was? Wie wir übereinander liegen. Das hätte ja echt fast noch klappen können. Crazy hat mich von hinten genommen, du Sau. Es hätte fast noch klappen können, wenn wir die wieder überleben. Aber nein, kurz vorhin. Wir machen das anders. Wir gehen vor und locken die an und gehen zurück. Weil unser Typ, der kommt nicht mit. Der bleibt nämlich hinten stehen. Der soll uns mal Feuerschutz geben. Das heißt, wir locken die an und gehen zurück. Ich gehe durch. Ja, einfach Granate drauf. Granate? Okay. Dann zurück. Lass sie angreifen. Lass sie kommen, die kleinen Kinder. Knüppelmann! Oh, danke. Da kommt noch ein Knüppelmann. Was, wie? Der knüppelt dich. Ja, wie weit zurück geht ihr denn hier noch, Jungs? Ja, ich hab Rewarno gerade einen Arsch gerettet. Ja. Von den Knüppelmann. Boah, jetzt bin ich ja alleine. Du bist ja einen Arsch gerettet. Ne, bist du nicht. Ne, doch noch. Ich schmeiß mal eine Granate zu dem Vogel. Oh, Witz. Achso. Knüppelmann links. Oh, ich schieße mich mal kurz aus. Oh, rechts schießt einer auf mich. Stufe 6 erreicht, geil. So, ach, du bist rüst mich mal kurz aus. Ich hab nämlich ja Sachen, die für Stufe 6 sind. Alter. Ist aber noch nicht besser. Der ist festgesetzt. Mist. Buhn mir deine Birne. Ja, Stufe 6 erreicht. Au. Hab ich aber gerade für die Spezialgranaten. Ach, Spezielle. Nur der Sniper. Irgendwo. Ich hab mich gerade ein bisschen ausgerüstet. Ja. Hier ist ein Medi. Medi-Cat brauche ich, ja. Ja, das musst du selber tun. Das ist noch nix. Das lütet ja jeder von sich selbst. Das ist noch nix. Ich geh nochmal rein und hol mir Munition. Der Typ, der hat sich ja richtig korrekt versteckt. Wo ist der Sniper-Arsch? Naja, der wird zu einem Ort kommen. So, okay. Munition erfüllen. Crazy, willst du keine Munition erfüllen? Ich hab noch. Nun nie. Warte, leg noch nicht los. Wir sind noch hinten am Looten. Ja, komm. Ich bin hier bei meinem Loot. Ich würde ihn gerne nehmen, aber ich hab Angst, dass der dann... mich wegschießt. Okay, der hat das noch nicht entdeckt. Ich werde mich von Auto zu Auto vorhampeln. Okay. Ampelmann. Das sind noch mehr Gegner. Das sind noch mehr Gegner. Das ist nicht nur der. Also was? Warte, ich geh mal auf Auto weiter vor. Und das kenne ich nochmal durch. Versuch doch auf jeden Fall auch mal auf so Brennkanister zu schießen oder so. Da hat er uns entdeckt, verdammt. Oh, fast tot. Wo ist der? Auch da oben ist der. Fuck. Zurück, 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 zurück. Ich bin doch so in der Maite. Alter. Finnscheiß, der. Der Heimscheißer von der Möken Pai. Zurück, 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 zurück. Zurück, zurück. Oh, fucking. Knüppelmann. Bei mir ist der Knüppelmann. Knüppelmann ist tot. Knüppelmann ist tot. Komm zurück, komm zu mir. Oh, Knüppelmann. Drei Knüppelmänner. Tot. Gut. Noch ein Knüppelmann oder was? Alter. Naja. Jetzt nicht mehr. Irgendwann schießt auf mich. Oh, der Sniper, ey. Der schießt halben Kilometer. Da ist auch ein Sniper. Ah. Püppelmann. Püppelmann, links. Zwei sogar. Was, wo? Links. Deckung. Ich guck doch nach links. Hier ist nichts. Neben der Abolenz. Neben der Abolenz. Wow. Der ist total schwarz. Ich bin im Arsch. Oh, jetzt nicht mehr. Oh, alter. Er hat beschossen. Stürb doch mal, du Sau. Nein, du bist weg. Das ist nur einer. Der ist aber gleich tot. Wir hätten nur noch wenig Energie. Ah. Oh, kein Krannner. Moment, Krannner hat die jetzt hin los. Ja, die ging eh ein Stück daneben. Aber macht ja nichts. Okay, ich muss mein Schild weglegen. Wie kann ich das scheiß Schild... Achso, gedrückt halten. Okay. Einfach nochmal drücken. Moment, ich habe jetzt hier eine schöne Waffe. Ist das ein Sniper oder was? Weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt neigekriegt. Ach nein, ein Karabiner. Geil. So eine alte Dingsbums hier. Ja, ich habe da auch Karabiner. Das ist ein Sniper. Ja, der hat nicht zu viel... Das ist halt nur Einzelschuss, ne? Der hat nicht zu viel... Das ist mal mit dem Reden, oder was? Ne, andere mal ausschalten. Ja, kannst du mal mit dem Reden. Geh mal vor, Räumen. Du Drecksack. Ach, du, geh ein bisschen vor, geh ein bisschen vor, geh ein bisschen vor. Oh, das sind immer noch Gegner. Es sind immer noch andere Gegner. Und ich glaube, die kommen ja endlich. Ach, du scheiße. Nein. Ich komme nicht schon endlich. Oh, das sind die Gegner. Das sind auch... Crazy, kannst du viel trinken? Ja, ich bin dabei. Danke. Beachtest du, ich gehe zum LKW. Ich gehe zum LKW, ich gehe zum LKW, ich gehe zum LKW. Oh, Alter. Der nimmt entweder mit einem Schnüffensack. Ich schmeiß mir eine Granade da hin. Vielleicht bringt es etwas. Boah, Leute, Leute, Leute. Ich klinge richtig aus dem Sack hier. Ungütiges Ziel, warum? Oh, Achtung, Achtung, Achtung. Der hat irgendwie eine Granade oder irgendwas. Der ist vielleicht Matsch, der eine. Da brennt, da brennt, da brennt. Boah, Alter, Achtung. Es wird immer angezeigt, wenn die solche Schüsse machen. Pass auf, jetzt schießt du wieder. Das würde man lieber in Deckung bleiben. Scheiße. Wo seid ihr? Warte, warte, ich komme. Ich gehe drüben in den Raum rein. Ich gehe drüben in den Raum rein. Ja, ich komme. Crazy, ja. Crazy, machen wir uns alle wieder fit. Oh. Crazy, ich bin hier auch im Raum. Alter. Komm mal her. Alter. Wo bist du? Hier, im Raum. Da, hier. Da hinten, Alter. Ja, sicher in so ein Schussfeld. Danke. What the fuck, Alter. Fühle Schüttübe. Okay, ich muss nachladen. Oh, was macht er denn? Nein, jetzt ist er wieder hier in meiner Deckung. Das gibt's doch gar nicht. Du kannst doch auch hier hin. Ich sehe hier aber niemanden. Crazy. Ich bin zwei hin. Ja, aber Rivanu ist doch genau in meine Deckung gelaufen. Nicht war das. Nee, nee, Rivanu, stand Rivanu. Ich stehe immer noch. Oh, Alter. Granate links. Äh, Leute, äh, fliegt. Och, scheiße, nur ne Dingsgranate. Hab ich keine normalen? Ich hab nur noch Lennkanat. Ich hab nur noch 4-Lau-Granaten. Oh, das nervt dir aber auch. Wow, das war ne Brandgranate. Ist okay, wie er schreit. Brenn du Sack. Bö, du Sack. Ich dachte, das wär jetzt ne Dings. Ja, wie der abbaut ist. Die feige Sau. Der feige Sau. Okay. Ja, ein Hammer. Echt? Die haben Mitchell, ja. Alter. Nächster drück. Ja! Da ist noch der Sniper, ne? Nee, da ist noch ein anderer, ein G-Schützer. Boah, guck dir das Mann, ey. Der beschießt mich ja wie ein Villers. Ja, ja, ich schütze mich sicher. Oh, da. Hier links. Äh, rechts. Immer auf die Fresse. Kannst du nur beschießen und noch nachlädt. Oh, der hat mich, der hat mich, ich bin tot. Ich geh wieder in den Raum rein. Holt mich hier raus. Brauchst du nicht, brauchst du nicht. Komm her. Komm. Bleib hier, ey, komm hier. Ja, ich bin noch bei der Crazy, ist schon da. Ja, super. Aber ich habe einen erledigt. Passt gut. Oh, wir müssen aufpassen. Die sind fester, die explodieren können. Oh. So. So, jetzt nur noch Sniper. Nur noch du und ich, bro. Ja, ey, der ist immun gegen die Granaten. Festgesetzt, jawohl, jetzt alles drauf, Leute. Ja, wie denn? Der ist doch dahinter versteckt. Der ist festgesetzt, egal. Warte, nachladen. Au, einen Schuss abbekriegt. Ich muss nur fast die komplette Energie weg. Onkel, du hast auch einen Sniper. Oder? Ne. Du hast doch auch einen Karabiner. Ich hau doch schon drauf, die blöde. Stopp! Verdammt! Ja, 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 ja. Oh, der war einfach im Kopf rein, dann war's das. Geil. Oh, also wenn ich mit der Sniper den Kopf treffe... ...wurde beseitigt. Ich, meine Männer und die Bewohner von New York stehen in ihrer Schuld. Ich bin mit einer Eskorder auf dem Weg zurück zur Basis. Wir sprechen uns, wenn sie dort sind. Gibt mein... Gute Arbeit. Wenn sie die Schleusen gesprengt hätten, hätten wir unsere Nachschublinie verloren. Jetzt kann sich Benitez um die Sicherheit kümmern. Wir sehen uns. Okay. Wir haben irgendwas mit Sicherheitsflügel wählen und jede Menge Sachen bekommen. Boah, ich habe hier eine L86W Militärversion. Was habe ich denn hier gekriegt? Wow. Er hat einen Schaden von 49b. Ich glaube, da habe ich auch gekriegt. Eine Pistole habe ich keine bekommen. Aber eine Rüstung. Ich habe eine Dings bekommen. Ich habe keine... Ich kriege immer eine schlechtere Waffe. Oh. Agent, wir haben sehr verstörendes Filmmaterial gefunden. Diese Aufständischen sind Gottverdammte Tiere. Lau sagt, sie hat es ihnen hochgeladen. So, was habe ich hier noch? Schlechter, schlechter, alles schlechter. Ich habe jetzt eine Mega-Waffe bekommen gerade. Ich habe auch eine Waffe gekriegt. Die ist aber schlechter. So, komm, ich versuche die jetzt damit aus. Ich kriege immer nur schlechtere Sachen. Ah, ich habe was. Wow. Zieloptik. 12 Mal drauf, wenn du denkst. Kopfschussschaden habe ich jetzt erhöht. Ich habe jetzt eine richtige... Äh, 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 äh. Ein richtiges... Ein richtiges MG. Ne, dann tue ich das andere wieder rein. Wir haben Aufklärungsdaten. Oben haben wir irgendwas freigeschalten. Aufrufezeichen, Freunde. Ich glaube, das machen wir, wenn wir im Dings sind. Ne? In, in, in... Lager, Base, Proprietier. Wieso ist denn... Wir haben jetzt 820 Punkte für Sicherheit. Also ich zumindest. Wie viel? 820 für Sicherheit. Äh, habe ich auch, ja. Und 180 für Medizinflügel. Und wir können Schnellreisen ins Hauptquartier machen. Und dann können wir uns wählen. Ach, Schnellreisen ist doof. Wollen wir laufen? Warum haben wir denn da auf der Karte ein X? Was heißt das? Sterbisch. Ach, Sterbort. Sterbisch. Sterbisch. Der serbische Sterbort. Okay. Sterbisch. Oh, da ist was. Ne Telefonaufzeichnung. Soll man die noch mitnehmen? Wartet doch bitte mal auf mich. Wartet doch bitte mal. Ich habe hier nämlich... Ja, es soll einfach nur die Karte gucken. Lass den Hund leben. Oh. Wo. Ich weiß genau wo. Schau, aber das hat mir jetzt richtig was gegeben hier. Ich habe doch irgendwo einen blauen Loot noch. Hier. Irgendwo ist der blaue Loot. So. Ich dachte, Ratten geben nur einmal Erfahrung. Und die geben die ganze Zeit. Ich habe hier, pass mal auf, Achtung. Wow. Das ist ein LMG, ne? Ja, und das noch mit diesem Scharfschützenvisier, ja. Sau geil. Na? Frage? Ich habe hier mein Karabino. Und ich habe noch meinen Sniper. Ja, weil... Achso, wir müssen erst mal verlassen hier das Gebiet. Ja, dann, da hinten geht es lang. Ja, wir müssen hier lang. Bestimmt. Wir können auch Schnellreise machen, aber wir laufen ja nicht. Ach, wir müssen doch die Mission erst mal beenden. Schnellreise ist blöd. Die Mission ist beendet. Schnellreise ist doof. Kriegen wir immer mehr Punkte, wenn wir laufen. Ja, vor allem können wir dann gleich... Die Mission ist überhaupt noch nicht beendet. Steht doch oben, verlassen. Dann ist die Mission beendet. Ja, das heißt nur, wo das Gebiet zum rausgehen ist. Ja, dann ist die Mission beendet. Die Mission, wenn abgeschlossen ist mit den Punkten, dann ist die zu Ende. Nicht ganz. Ähm... Ja, wir kriegen ja nichts mehr jetzt. Weil die schon beendet ist. Das ist einfach nur, damit wir wissen, wie wir rauskommen. Die Rüge ist so gut, erst wenn wir besitzen. Ich bin überlegt. 190, okay, danke. Die gewinnt der Stiefel. Ja. Das ist ja, das ist einfach nur, damit wir rausfinden. Ja. Gut. Aber geil mit der Sicherheitsdings. Okay, wie sieht's jetzt... Ach, hier hinten war noch ein Telefonnaufzeichen. Hier, hier ist die Aufzeichnung. Ja. Hier. Scheiße, ich muss nochmal zurück. Warum? Also, folgender Vorfall. Ich muss nochmal schon zurück. An einem Pier auf der Westside habe ich ein Rettungsfloß versteckt. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Es wird aber nicht leid, obwohl ich ihre Patrouille auswendig kenne. Solltest du mitkommen wollen, musst du dafür bezahlen. Und vergiss nicht, kein Geld, Gold oder andere nutzlose Scheiße. Es muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich mit willst. Das ist doch hier, oder was ist denn das? Halk, da lang laufen. Mach' ich doch. Telefon Aufzeichnung. Dö, 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 dö. Gibt 300 Erfahrungspunkte. 300. War auf jeden Fall ein geiler Kampf. Und ich find die Haftraketen, die sind echt mega episch. die machen echt Laune das ist hier von X gehabt die haben genug für den Sicherheitsflügel um ihn zu rufen X ist ein Sterbeort du bist einfach hier quer durch oder was im Bus hinter, oder? Achtung, da können auch noch Feinde kommen, ne Crazy? Ja, natürlich hier ist was zum Einsammeln du bist jetzt hier am Loot vorbeigerannt du meinst die Elektronikteile? Stoff gibt's hier ach guck mal was rennt, ne Taube 300 Erfahrungspunkte wie viel? 300 Brandgeschoss, geil hier ist auch noch Stoff hier hast du auch ein übersehen Rewano Rewano ist an meiner Kiste, die ich oft gemacht habe, vorbeigerennt da ist die Tür, da kommt man rein, da steht interagieren macht er da auf so ist noch ein Ausgang du hast aber eine Kiste übersehen Rewano, ne? ok zeig mir gleich nochmal, wenn wir oben waren oben? geht hoch? ja man kann hier echt viele Gebäude durchsuchen da ist was Telefon ne, irgendeine Aufzeichnung hier ja einfach einsammeln wo? was? wer? wo? na hier 300 Erfahrungspunkte hmmm Müsli-Riegel hab ich bekommen cool noch alter, das hab ich auch alles schon Müsli-Riegel will ich haben hmmm wir werden mal noch mehr Kisten angezeigt wahrscheinlich über uns, wa? gehts noch höher? oh Tannenbaum wo ist denn der Ausgang? oh Tannenbaum oh Tannenbaum ich hab mich verlaufen in einem Zimmer wo gehts denn hier raus, alter? hmmm unten ins Spaceball da müssen wir mal Kisten sein da müssen wir mal Kisten sein da müssen wir mal Kisten sein da seid ihr, wo gehts raus? Stoff, danke, hab ich jetzt hab ich ganz verstanden wo gehts denn hier raus? ach hier ne doch nicht hä? jetzt zeigts mir so viele Kisten an ich find die nicht ich würd ja gerne mal wissen wie ich hier rauskomme vielleicht sind das, heißt das einfach dass die immer wieder kommen? ne hallo ich hab mich verlaufen wie gehts hier raus? äh du musst du immer da drüber weißt du, bist du wieder auf dem Klo, crazy? ach hier boah, alter hm ich bin schon, ich bin schon unten so, jetzt müssen wir mal zu dem Telefonding ach Giovanni, hast du das Ding mitgenommen jetzt? ich verstehs jetzt hier nicht mir zeigts ja noch Kisten ein wie meinst du denn? ja das wird oben auf dem Dach sein oder so ach warte mal, oben war doch ein Fenster offen vielleicht kann man da durch ich denke mal schon ne das war ein Fenster offen ich glaube ja hier ja ja huah oh ne ich spring nicht raus vielleicht kann man aus dem Hintereingang irgendwie ne Leiter hoch ihr kriegt jetzt mal XP hat nicht geklappt oder? was? äh hat das jetzt geklappt? was denn? was denn geklappt? ja da oben, um die Dinger einzusammeln was denn geklappt? die werden irgendwo auf dem Dach sein, denk ich mir mal ja ich hab geguckt, hier gibt's keine Leiter draußen hier geht's hoch aber hier ist ne Leiter draußen hä? wie kommt man denn? warte mal, hier muss doch was sein hä? irgendwo klingelt hier ein Handy ach ja bei mir ist noch was zum einsagen Ongel Ongel, Ongel, da ist ein Seil da oben komm mal, guck mal her hier ist die Leiter sind schon eingepackt und sie kontaminiert ne, scheiße hier ist ne Leutkiste hier ist ne Leutkiste hier ist ne Leutkiste irgendwie muss man ja das Seil da oben aufstehen hm da ist irgendwas los da ist irgendwas los da ist kein Funkspruch da ist gar ein Funkspruch kommt mal her raus ah, Gesundheitszentrum sie müssen zurück dann passiert keinem was wir wollen nur an die Vorräte es muss niemand oh mein Gott oh mein Gott wo ist was? da am Telefon und hier ist ne Leutkiste hier an der Ecke hier hinten hier ist ne Leutkiste hier wo ich bin okay wo hat Crazy jetzt dieses Seil gefunden muss doch irgendwie raus gehen okay hier ist da blinkt doch ne Leiter das ist schon fast ja genau und ich da muss ja irgendwo es sieht doch aus als wäre da ein Fenster zu der Leiter aber wo ist die Leiter? ey, wo ist das Fenster? also draußen ist auf jeden Fall ein Seil was nach unten geht aber das ist noch zu das heißt das muss jetzt noch entriegelt werden ja, aber wo ist denn das Fenster mit der Leiter? äh gibt's doch gar nicht wer macht hier so'n Krach? ich geh mal auf die Seite wo das Fenster ist und ihr kommt mal in den Raum wo ich also du in der Nähe stehe ne 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 so ich bin jetzt hier unten ich war aber ich hab eben noch gesagt spring nicht aus dem Fenster ey macht's aber trotzdem ja ich wollte mal gucken wie das funktioniert ja das macht Autsch ne so hier hier wo ich stehe da muss irgendwo das Fenster sein da können also nicht runterkommen sondern oben in den Räumen suchen in meiner Richtung ok weil wenn du jetzt runterkommst du stichst du an der selben Stelle wie du bist ne das geht nicht das ist die andere das ist genau die andere Seite ach so das ist genau die andere Seite vom Haus also von dem von der Wohnung genau die andere Seite das ist genau die Tür die zu ist kann ja nicht sein wie kommt man dann da hoch das muss irgendwo unten sein man weiß pass mal auf ich komm mal raus sehr interessant was sehr interessant liebe Freunde ist aber 26 Minuten ich würd sagen machen wir dann mal die Halt was heißt hier sehr interessant was soll denn das schon wieder vom Kommentar da ja das ich denke mal dass du von oben runter kommst dort ja Onkel ähm ich lauf grad um den Block rum hast du das Seil gesehen? ja ne? ne ne da oben da da das Seil da ja ja das machst du ja von oben machst du das ja locker dass du runter kannst da ich denke mal das geht auch umgekehrt oder? das hier um den Block rumrennen bringt auch nichts weil ja reiht ihr das am Ballern? naja ne meine Oma achso wie gehts dann auch noch? die alte Killerin ach bin nach unten Hilfe kann ich mir ja ich stehe da das war aber auch jetzt gerade ein bisschen überfordert mit der Situation danke dir warte mal hier gehts doch um Block um ja eben deswegen bin ich ja hier mal um Block rum gerannt äh ja toll gehts ja nirgendswo hoch aber hier oben gehts drüber übers Dach guck mal da oben ach warte mal da muss ja also nur noch ein Block weiter in Bildung äh ja was äh ich will den Blut am dauernden das gibt es doch nicht aus den Kisten nur wegen so kaklud jetzt bitte Zuschauer sagen ey Ludo nur wegen so einer kakludkiste und dann ist es nur eine Konservenbüchse ne da ist ein Waffensymbol oder alter wie weit muss man denn hier um den Block rennen ja hier kommst du nicht auf vielleicht gibt es da hinterher noch so Klammerdinger dass wir uns irgendwo dran festsaugen können so tuch boah ich lasche einmal aus hehehe keine Chance hier oh hier ist ein Raum oh da kommen wir doch her hehehe ja jetzt zum einen mal um den Block rum liebe Freunde naja komm bringt ja nix fest drauf aber erstmal jetzt hier den Part aus Ende ja kann ich auf jeden Fall einmal im Kreis gelaufen hehehehe irgendwie kommt man auf das Dach aber wie Supersprung steht in den Sternen Supersprung oder so Superman mäßig hehehe ok mach schluss Crazy ok dann würde ich sagen war es das für heute und ja ich war es länger geworden aber sei es drum und dann würde ich sagen bis morgen und tschüss tschüss